Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Mein Name ist Chatham. Holmes, er ist zurück. Wie habe ich Sie doch vermisst, Holmes? Und sein neuer Fall. Er plant einen Attentat. Wollen Sie dieses Spiel wirklich spielen? Stellt alles bisher Dagewesene. Das sind meine Zlitterwochen! Das Spiel ist aus. In den Schatten. Dies ist nicht meine beste Verkleidung, aber ich musste improvisieren. Guy Ritchies Sherlock Holmes. Spiel im Schatten. Freitag, 20.15 Uhr.